Ja, diese blöde, korrosive Kugel. Ich versuch's mal. Ich mach euch hier ein Portal hin. Mal hier so. Und lauf da mal durch, ja? Okay, dann bleibt nur einer hier und der Rest kommt erst mal mit dir. Damit, wenn's nicht klappt, wir auch noch weitermachen. Ich versuch's mal, ich mach's. Muss dann der, der hier bleibt, die Kugel hin? Ja, genau. Vielleicht Kugel nehmen und... Weil das hier schon... Ja, sehr gut. Du gibst mal zu. Du gibst hier. Ich benutze Portal. Das war schon mal... Ah, wie kompliziert. Aber jetzt bist du dran. Ja, warte. Steht. Los, los. Steht hoch. Und mach' mal los. Ach, das steht ja direkt vor der Tür schon. Und wie geil ist das denn? Super. 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 Vielen Dank.